nun ich bin live r ein stream toll ich bin da mit cookies tv und mit youtube hey es leeren in der party ich sag go watch und event mit fortnacht ich weiß ich weiß ihr seid überzeugt und ich kann eure kommentare leidig lesen weil du scheiße bist ja ja immer das sowieso ah ein oder schaust wo war was ich was ist ja auch der geist wir spielen mit quality ich bin ford zeit oder ich muss es mal ich muss es ja mal lang so ich habe es auch für 40 euro ausgegeben also scheiße so ein spiel aus so so spiel besser als paradins jetzt das spiel auch nicht mehr ist es gratis ja aber das ist scheiße er hat dafür 40 euro ausgeben wo es jetzt gratis ist volllegiert wo es gratis stumm ja wo es in graf oder und ich habe sie vor einem jahrsgottes die von jahrsgottes die von jahrsgottes jahrsgottes ja euch anscheinend weil ihr sagt jetzt ist es kostenlos ist ich habe es nicht gesagt es war cookie ist das so du hast es zuerst gesagt ich habe gesagt es ist out nee davor hast du gesagt du bist kostenlos aber muss ich es ist kostenlos das schon fall hat ihn zu das drecks gehen wohin na ne komm na ne runde zählt ich lobe mich nicht was out ist ich zocke einfach das worauf ich bock habe ich habe bock auf Overwatch ich habe bock auf Overwatch ah deswegen spielst du manchmal Minecraft ja wenn ich bock auf sachen habe dann spiele ich die sache einfach ja und hat creative nein sowas spielst du ja creative ich spiel Minecraft ja bruder bin ich bock auf Minecraft habe ich bock auf Minecraft bock auf Minecraft bock auf Minecraft mhm bock auf Minecraft hat er recht trotzdem ist das out Minecraft hast recht geil keine Waffe nice ne Pistole und ne tactical ich habe gar nichts kommst du dir zu nice wir haben alter eben eine lucio in jedes zimmer wo ich rangehe ist nichts ich habe eine diegel diegel ne diegel lecker die 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 danke schön so o er ist One-Shot ich muss ja noch um f*** es ist ein Pokkofalt geil ach bruder der Hamster ist er wo ist er ja das war ja nicht da oben er sniped hm was ist der denn du wie kann man denn entlang ich höre gar nach den linkern fertig ganz perfekt nein er ist hier warte er genau da Aua Mann von allen Seiten wir gehen nie wieder tiltet wir gehen nie wieder tiltet digga er war so low digga er war so low warum ich hab mich doch ich unterstützt unterstützt mich selber das ist eine dumme scheiße warte wie heißt du ähm der leeren boss alles große zusammen youtube ähm nein mein crater code das ist ein crater code ja moin ja ich hab 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 mich selber als unterstützer steht immer noch null bei welcher fotze habe ich auch hier hier oh nice lucy old ha hey wir sind hier owa scheiße ne frage wenig gold ulti gönn ich dir ah fuck ich will denn die grant joyn indem du auf jeden hr linkenplats gehst weil ich hab grad kein Bock auf Kreative. Ach, Obertheim erhält es. Nein, sie stehen in der Wand drin. Stehst du auch gerne in Wände? Ja. Jetzt können wir aber Sonny Stabs gehen. Okay, Sonny Stabs. Oh, erste Runde, Alter. Wichtig. Egal, scheiß. Fliegende Fidgets, bin da der gar nicht wahr. Ich spiel zu mir. Ja. Ihr könnt einfach reinjoin. Ja, aber ich spiel Road Talk. Warum nicht? Ja, ihr könnt reinjoin. Ich, ich, ich muss Vokan landen. Ach ne, doch nicht. Ich geh auf diese Insel und flieg dann zu dir. Bei Vokan landet jemand. Darauf hab ich gar keinen Bock. Ach, Bruder. Ja. Oh, wenn das jetzt nicht angezeigt. Rastet gleich aus, wenn sie angezeigt worden ist. Er macht mit einem Abonnent Auge, dass ich ihn abonnieren soll. Sofort und alles. Sie hatte letztens einen in meinem Stream, der hat mich nur abonniert, wenn ich einen Mod gemacht hätte. Oder was? Was ist das? Ah, so ne Leute kenn ich. Tuchst du das? Wirklich? Oh shit. Ähm, nein, ich mach ohne. Du, 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 du. Ich vergass Cookie jetzt. You're not vergassing me. Why? Oh mein Gott, die Zone ist schon wieder geil. Ja, du bist gerade hier erst gelandet und müsst gleich schon wieder in die Zone. Gesundheit nicht. Das ist eine Pumpe übersehen. Ich hab doch eine. Oha, hier sind wir einer oder aus Roland. Hast du grad einen Gleiter geöffnet? Ja, ja, ja. Was los. Ja, hallo, ich möchte das Kommentar lesen. Internet, hallo, wo du bist du. Indem, ihr jetzt einfach auf diesen Link geht. Heuter Klick geht. Klickt auf keine Fremden links, ich konnte sowas bekommen. Ja, mein Internet wurde gestern gefragt. Wie kann man Discord reinschauen? Ja, super. Ich hab mich gehackt. Die doch ist wahrscheinlich. Ja, okay, dann so. Die Riga hat trotzdem für dich Kacke. Ja. Das soll ich auch mal, das ist äh, äh... Natürlich jetzt auch machen, aber... Okay. Die... Die... Zwei Minis und ein B. Das find ich schon. Das hat's hier gelohnt, die Wandbauen, derger. Äh, den Boden. Ähm... 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 Maybe. So, es passiert das wie gerade eben. Ich hatte doch fast 500 Meter, haben wir alles verbaut. Wenn nicht, hatte ich mehr. kommen die auch so zwei stunden wenn es nur geladen ist die spielern O-Watch was zu sagen in der sonstigen ich habe immer GTA noch die Poppe zu stellen der GTA verbraucht wird auch kein Internet der Kerner ja nur ich bin ich nicht nur von bisschen sie sind banan ich kann sie sind acht war richtig langweilig in einem freund von einem bruder Kiana was hast du für komische Frieds als Freunde ich habe ja gerne ist doch so er muss ja ich kenne dich und alles ich habe schon länger die Europäische die Europäische habe ich schon ich bin ja wir sind jetzt im jahr zu bauen So, insgesamt hab ich jetzt 500 Metz. Ich hab 100. Die lobe ich mir. Naja, wir müssen jetzt ohne. Hm, okay. Ist das denn selber? Mhm. Und ich bin außen rum. Digga, ich hab dich schon abonniert, ich kann doch nichts dafür, wenn du deabonnierst und jetzt denkst du kriegst du noch ein Abo dazu. Ich hab so ne Leute, ne? Die deabonnieren? Ja, Abo gegen Abo. Ne, ich hab die noch abonniert, so. Abonniert die Abo. Aber nächstes Stream mach ich Abo gegen Abo weg, weil ich hab alles erreicht, was ich haben möchte. Die 1000 Abos. Das Ding ist so, ich find's mega dumm, dass man das macht halt, weil, was jubbt mich diese eine Abo, als ob das jetzt so schlimm wär, ein Abo zu verlieren, so. Ja, aber das Ding ist, er macht Abo gegen Abo und deabonniert und hat ein Abo plus. Jetzt ist er wieder mein Stream gekommen und fragt nach Abo gegen Abo. Hä? Ja, wenn er mich deabonniert hat, dann hat er vergessen, dass wir schon ein Abo gemacht haben. Oh moin. Und dann? Wo bin ich da? Oder? Du gibst mein Stream oder du kriegst nen Dislaik. Okay. Ein Dislaik. Okay... Ein Dislaik. ja die dislikes geben die auch mehr reichweite also mehr empfehlung guck ich wo bist du ich bin solche gegner oder das ist runter gefallen wir wissen jetzt eigentlich nach zolti gekommen ich habe alle hier gefickt ja ich bin durch diese drohne durch diese drohne und dann bin ich eigentlich eingeflohen oder hier ist flut sein der die ja ich habe epische pappen lilanes gar und lila hässlich okay liegt auch noch ein bisschen so eine diegel was soll ich mit einer diegel ich habe ich schon kommen wir müssen die abzone ja warte ich war unterwegs noch mal ich brauche jetzt hast du jetzt insgesamt 900 ja ich habe 200 soll ich dir was abgeben ich kann es aber auch behalten ich fahr dich an so einen baum umher ran oh die ball sind hier gut hallo 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 ich habe ich jetzt richtig vermisst ja ich steig auch gucki hm warte ich ich glaube nur am bäumen vorbei aus mit dem das wird 6 an einer und ebenso nicht gesehen dort nicht das das noch nein kann ich nicht sind ich glaube ich gerne und ich komme weiter und dann zu wegen abo gegen abo mein abgewandert gott gucki machst du ein Video oder wieso ist da so ein Kameradingsbums ja klar Video ich bin nicht sehr schlau ja man merke ich so wie ich das traue ja schon gucki ja ich bin da auch gut nein der ist one shot ich glaube ich bin da sind noch mehr wer spielt denn Overwatch ich immer der der fragt nice wirklich wirklich du asin alter nee Digga warum gibt es falsch mit dem Spiel was macht ja was man was man da macht das so wie ja ne ich habe Overwatch auch geil ja ich weiß ja ich muss auch gerade so ranghundere beispiele ich bin wenn ich mal jemand das Spiel hat alt ich komme aber auch mal nach Kontraut aber ein wo ich noch nicht so gut da kann ich mich ein bisschen ja schaust auf dem ich glaube auch lange nicht mehr gespielt oder ich will ein bisschen mit anfangen 1000 333 Abos 333 streamed Nika ja ja glaubst du mir heißen dein YouTube-Kanal steht in meinem Namen und zweit mann sicher ich bin echt schlau KUKIS TV so mein ein bisschen hat sich die BG um auch Bruder Genji gehen mal weg den schien ja ja n n n n n ich habe mir das so kann man machen okay und dreckige Huren zum Sonnenalter ich hasse dich wie viele Abonnenten hast du wer ist ja gucki Prozent 510 aber nicht dass er uns mit 300 ein mit 504 ein Livestream gerade oje ja gerade ey man ich sehe ich sehe was du gerade machst guck ihn ich hoffe es war ein Livestream er ist gelterbindet ich sehe was du machst ein Livestream nein guck wie schaffst du wir sind alles in der Party eigentlich das ist jeder der existiert guck ihn du bist schon genutzt ach Junge jeder best war klar ja du musst das ist zweiter möchte ich für meinen Clan bewerben hat er gerade geschrieben guck mal guck mal stream äh ich hab ich hab Bender Cookie okay okay und das wo hier spaß asso spaß na ich hab aber auch so ganz weg geboren soll ich jetzt Overwatch oder Fortnite kommen märzschild du kannst ausprobieren ich brauche äh du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren Teilspieler heute gerne mit ein um ein natürlich kann es meinen Kanal gerne abonnieren ich hab schon guck ihr abonniert das man kann mehrere abonnieren also fortgeschritten ist er noch nicht musst du wissen daumen hoch vorfahren oh ja man aber möchte mich bewerten heißt es wird aber ja und kannst du mich auch abonnieren dann bist du mein tausend ist auch in unserer Party wer ist wird aber ja es wird aber das bei uns in der Party er wusste ich gar nicht der gewährt mit bestem klaus wie du spaß sie aber sich bewerben er sagt so was spaß die heißen ein clan hey ich bin jetzt mit deinem ja ich komm jetzt grad auf rutsch ich guck nach deinem namen ich guck wieviel abonnenten hast du tausend dreihundert äh ne 1033 aber auch nur wegen abo wegen abo mhm ey äh 200 hab ich selber äh abo zu 200 echt so viel hihihi und den Rest erhält einfach mit abo und abo sollte ich auch mal machen abo gegen abo alles klaro den Typen aktiv er hat zwei aktive Zuschauer und dann jetzt gerade warte cookie warte cookie warte cookie du hast wieviel Zuschauer 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 cookie du hast null Zuschauer ich hab auch viel mehr Nachrichten da jetzt gucken ich möcht gerne ich hab sieben oder acht ich hab 1500 was Zuschauer ne ich war grad bei dir digga du hast null Zuschauer ist der Kälte dumm ihr habt alle null Zuschauer mann null Zuschauer null Zuschauer die machen auch alle Schuhe der Geist ja mann ich hab grad nen Biggi getrunken jetzt fünf Minis komm das ohne ey der eine Kerl wie äh was ist denn dein YouTube Kanal meiner welcher ja nämlich du schimmst doch auch ich bin alle Kacke ich bin Kacke ich bin nicht Kacke keiner ist Kacke ich bin Kacke das stimmt sogar ich hab sechs Zuschauer klar nicht einfach klar man der Ehrenmann ich hab gesagt ich hab ganz kurz ich hab sechs Zuschauer mann Och digga der Käfer hat mich jetzt schon ab Heike Ah da du kannst du mit uns reden Kiana Ries Kiana Ries Kiana Ries bei der Name von Ehm ey die eine Bären Tim 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 Ähm Tim Ähm Hast du Autismus? ja er meinte ich der kerl hat autismus nicht mehr gewusst dass man mehrere leute abonnieren kann vielleicht wollte ich dich ja auch überhaupt gar nicht abonnieren also soll diesmal sein er war er war zu kurz ich komme gleich ist muss noch in die letzte Runde spielen erlaubt mich an die Befassungsfrist ich habe auch zehn Jahre und ich habe nur level 16 okay ich bin eigentlich alles gut ich habe schaffte dich schaffte und wie viele Abonnenten hast du die andere wenn sie an also ich bin nicht auf dich ich bin einfach nur ab und zu mal und dann irgendwas werden wie viele hast du ich gar nicht wie heißt du ich ach man ich hoffe kannst ja in der party gucken kannst du auf ansehen gehen und dann siehst du ja ich heißt die mir viel spielt oder das ist der kanalname in die kärzlichen ins oder in der angebotten 1000 damit der kräfte die meisten um abo sind ich glaube ein er hat ein account mit 20.000 und ein account das ist so ja das andere ist so eine Cookie ich habe nur gesehen dass die solche Show erschafft ich hier an oder jetzt noch so so der Rolle oha da ist jemand wie lange dauert nicht mehr aaa der hat mich geschehen wenn wir Glück haben muss so ein 2 Minuten wenn wir mit Pech haben so und sagt sogar noch mehr team in der dies übrigens jemand zwei sind hinter dir zwei leute zwei leute wie ich bin hier auf dem telefon auch da ich habe dich im wies wenn ich mit dem das menis kann da gucki 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 ein Erfolgserlebnis finish den zwei bist du beide? natel Lewandowski Ehrenmann nur für dich schreiben was für ein Co ich hab sechs hm ok ich lade dich ein warte keine Ahnung hey das ist mein Lutz ok ich geb dir den wieder ich will nur die Metz ok hier das ist noch die Hälfte von mir aber ja das interessiert jemanden ey hast du wenigstens ein Medicaid oder so no Bänder die Runde war jetzt nicht so gut no liegen Bänder dankeschön ma so wie gewinnt man das Geld wie ok ich verlass hä Digga ich hab mir für den gar kein Geld hier auch nochmal abgehoben auch so ne gucki was machst du das weiß ich nicht ich ähm platz dich ein oh mein Titel ist so ne Cookie ja 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 ich bin mal als Freund ich bin ja keine Drohung ich hab eine Oma flachgelegt ist deine Hunde vorbei ist deine Hunde vorbei ja ok ich will sie gucken ich will sie ich will sie ich will sie ich will sie ich glaube ich bin schon zehn stunden schon jetzt bei der ein kommst du bist drohend was denn ein wäckchen brauche ich bin ganz schön falls euch wundert ja ich ließ die kommentare er werde nicht herkommen sollen okay ich hab auch nicht ich hab auch vielleicht nehm ich hab auch vielleicht Wir brauchen noch einen Supporter. Na gut, dann spiele ich. Ach komm, dann spiele ich Senator. Ja, Rucka, wir haben... Wir sind halt die einzigen 2, die wo Tank und Hila spielen wollen. Ja. Der Rest geht auf Damage. Ich höre ziemlich kacke. Ja. Hm. Hm. Das Stream wird es noch ziemlich lange gehen. Ich glaube nicht, dass... ...dich da noch kann. Scheiße. War nicht zu wild? Hä? Also wahrscheinlich nicht. Nein, zu zweit. Ha. Keine Woche. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Cano? Bruder, hör auf zu wetteln. Wir lernen aber egal. Cano hat gedacht, er kommt gleich Fortnite-Ada. Schuss. 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 Oder wir kriegen so viel EP-Dega, was sollen das hier da? Guck mal, wie viel ich die gebe. Oder was ist denn da für mich passiert? Oh, neulie. Was hat das jetzt passiert? Neunzig Prozent. Digger ich, ich war Stufe 16. Nee, Stufe 15, der näher Stufe 22. ach oder dann ist offensichtlich reingehen ich bin zu richtig ich bin überhaupt ganz einstieg man auch nicht mehr dazu noch josek josek beschreibenden hübsch ich kann den song auch meine das ist auf youtube singst das geht gar nicht man das ist ja hier stream ja ich weiß ich bin guten motto ich weiß gar nicht warum wird der kopf jan macht und erst gemacht dieser ohne da machen ich habe ein richtiges gewiss am kopf spina auch die kreiner welcher stream video hier ist da nichts ach gut ich habe irgendwie was meinst du fortnieter heißt es wir können auch wenn wir können auch rainbow spielen ich habe nur bock auf dem heute ich darf mal anfangen schritt um das spiel einfach nur absolut keinen bock ja kommt ihr gleich alle fortniet also ich könnte euch kennen aber ich spiel kein rahmen ja ich habe bis lang keinen fortnieter mehr gespielt ich bin jetzt anders interessiert man was so gemacht hat kommst du jetzt vor weil dann können wir gleich so frei erlass mal hier die psa in dem wir auf diesen dingern landen ja ich will aber noch kurz diese runde vorbeistellen ja auf diesen luftschiffen das kannst du nicht flex dadurch kann darauf ja mann das kann das bin ich hundertprozent mann ich bin mir als die bruder ein rainbow oder andere sagen ich bin vorbeist ja keiner kommt doch kein fortnieter da bei der karras ja er macht ein fortnietplan und spielt kein fortnieter ehre ehre gerne ich glaube du bist diga gucky du warst doch mal mein und christians rainbow clown ja ich habe keine ahnung wie immer das rainbow klar okay okay machst du noch dein rainbow clan mhm mhm der Deutsch und trotzdem die jetzt nicht rauskriegen dann nicht durch was wir für gucki doch hä mann wo kommt er denn jetzt ja mann einer kerl du musst mich nicht mehr lang heilen 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 ja genau so das ist ein Schadensbus die deutsche zu kleines 12 oder 13 deutsche mann was meinst du du bist doch deutsche junge nervt mich doch nicht ok ich schreibe jetzt mal deutsch ey ich habe genug Kuki ich bin dran guckt geliebt Thomas geliebt Kuki mhm Ratsche quitt ach Bruder ich habe deine Karte holen da kommt er auf mich wir wollen noch mal unsere runde vorbeispielen du kommst du jetzt fort neid ich will noch mal eine runde vorbei das ding ist soll die sind halt auch nicht gegangen das war so sozusagen dann tut es so toll weil du mit einem ding was leggi ist bei uns drin aber waren was kommt denn eigentlich immer diese handy player rein oder auf pc glaube ich auch er ist mega geil er ist mega da war da ist doch noch diese handy player man dieser army so ich weiß aber da ist doch jetzt kommt noch jemand rein Carlos btw er ist auch wir ratten immer aus weil sie nicht erster werden soll ich sterben Kuki für dich mach doch was du willst mir sagt doch soll ich jetzt die runde weiterspielen oder ja ach was du willst runtergesprungen was willst du was weiß ich mach was du willst immer noch auf dem ordner englisch von mir ja boah es war kein bock auf die Junkred ulti jetzt sterb mich oder sterb mich heimlich tue ich tue ich ganz zeit schon bruder tue ich ganz zeit schon bruder alles groß du musst mich dafür auch beschützen ja ja das geht nicht das ist einfach 3 damage und 1 hängt dicker da kann man nichts machen ich habe ich habe mich halte ich glaube die ganze zeit so ist es ist so ganz kurz kommt ja jetzt mal mal ja alles gut komm versuch mich mal zu heilen warte bis du auch schon tut ach bruder die geht direkt auf mich direkt wenn ihr mich sehen gehen gehen die hält sofort auf mich ja digga du bist aber auch supporter bist du ja klar aber es ist ein wort mit wie das legge ey wir verlieren die karte wir verlieren nicht aber es egal aber wie kommt kommt jetzt wird es halt richtig eklische spielen der lob ist bitte nicht so so linksen er hat zurückziehen muss ich auch drauf was verlassen muss halt die medie piks auch können ganz weit oh mein gott auch was mich heißt so aua 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 betrifft oder ich kann nichts tun mhm ja digga was soll man da auch tun wenn er 13 leute in der ding sind unsere mails sind aber auch richtig schlecht so kommen die dürfen jetzt nicht diese runde gewinnen ich werde ja nö 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 spiel alles klar digga als ob die die haben sprain eigentlich nur die ganze zeit ja jetzt ist es 99 jose jetzt gewinnen ich hä ja spiel ist klar jetzt müssen wir noch eine runde spielen ich genieße die hohe ich genieße die hohe auch wenn sie nicht lang mhm bruder hilfe aua mach ein er baut einfach nicht ich habe ein kill gemacht aber zumindest schießen die nicht runter das finde ich gut fortnight uiiiiiiii hast du vorher gemerkt jetzt habe ich eine Drexarka ja dankeschön du warst das ne keine angst wenn ich reinkomme ist das nimmer so das habe ich auch mal gesagt und dann habe ich gemerkt das war die wahrheit den spielst du ok das ist dann ziemlich los digga oh mein gott ich bin ein monster dann fall dich bruder ich hab grad oh mein gott ich hab grad trippel kill gemacht nur mit dem kack oh hört doch auf runter zu schießen man was soll denn das komm her komm her ich halte ich ne ich hab jetzt schon wieder keinen bock mehr wenn ihr schon wieder so einer ist alter wenn mich noch wenn mich noch hier einer runter tüße dann verlasse ich sofort kannst du dich erstmal besser bewegen halt die fritte gleich wirst du der größte das ist das netter den ich kenne das wäre das netter den ich kenne ich hab zum ganz anderen es an ich hab zum ganz anderen es an oh mein gott oh mein gott digga ich ich hab oh mein gott ich hab das ist nicht ernst gemacht ich hab mein digga ich hab grad mein leben aha du bist aber schlecht digga ich hab aus allen rohren er wir haben gewonnen scheinlich warte ich kann dir sagen okay nein ich rede kurz nicht ja ich tschüss keine ahnung was du meinst jetzt geht's richtig los mann er hat sich es ist gar nicht dass keiner von uns anfang geht man gelesen einer von uns gewesen wird auch so ja ich habe das m gewesen steht dass ich 15 Prozent Gehalt hat obwohl ich einfach ganz endlich gehört hat mit anderen ja sehr gern es zählt auch was ich gehe jetzt wort man sich auf diesen Markt und dann noch hab ich da bin ich schon an man es kann aber alles gut er sagt das mit dem hier Account, dann kommt man wieder auf den anderen Account rein. Accountception. Hucki, du bist erster. Wer hat mich runtergeschossen, Mann? Ich. Nein, tschüss. 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 10-1945. Anfang für Eichweiler. Was ist das? Wo gehen die alle hin? What the fuck? Hallo, gehst du auch? Geht jetzt. Voll um. Hat ja. 는verrug, ja. Es ist halt an der Fall. Auch wenn du sie noch in deinem Nerven zurückkommst. In dem 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 den App. Bist du siehst? Ach, ich werde sie nicht mehr nehmen. Ich meinst Sie nicht mehr, mich selbst dasselbe, sie nicht mehr nachachten. gar leute ich bin jetzt allein in der party Jetzt bin ich wieder super, dass hier alles abgeht. Moin. Hallo. Hallo. Ich bin kurz da und dann wieder weg. Warum? Warum ist man da und dann wieder weg? Ich bin schon... Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Ja. Es ist Cookies rausgegangen. Es ist komme ich wem oder ist nicht. Das kann er mir auch alles. Klar, Mann. Uh. Läuft hier. Hm. Schön so. Ich glaube, ich gehe auf. Okay. Ja. Tschüs. Bis morgen. Taking We Frankie Bonjour. Ah ja. Ah. Oh, da sind wir alleine. Ich bin wieder da. Steigen. das ist unverfohlen. steige auf neue Ziele. Mach's bewegen. Ich bin froh. Die Stunde hat geschlagen. Das ist jetzt nichts zu spannendes Kommentar, wie ich weiß. Aber ich hoffe, euch gefülltes Gameplay, was ich hier gerade an den Tag bringe. I hope. Vielleicht kommt hier an einer Party. Kann man sich hier überraschen lassen. Ich liebe das einigermaßen, wenn man aus dem Süd raus ist. Das ist halt auch nicht so stark, aber man hat halt auch Bruder. What? Was war das jetzt? Okay, der macht das. Gut. Ach, Bruder. Shit. Okay. Okay. Okay, nach der Runde wäre ich glaube, ich hab's dann jetzt geschrieben, dann wieder. Weil ich halt einfach nie mal mehr zum Token hab und es ist dann ziemlich lame. ein bisschen weiß. Das ist ja so. Ich kenne wahrscheinlich auch, wenn ihr allein spielt, habt ihr so wenigstens weniger Bock, als wenn ihr mit anderen Token könnt, darüber was ihr tut. Und generell ein bisschen Chitchat oder so. Also, mit zwei. Ich will viele, unsere Schwoven im Moment und ein paar Schwoven im Moment. Das ist ja so schwer. Ich fere zu meinem K圍. Also, was wir mit uns für uns an, dann. Oh, nein! Es geht schon mal. Was das stimmt. Alanna. Das ist ja so weit. Und das ist ja so schön. Das war's für heute. Oh, was gewinnen wir noch. Ist ja echt scheiße, wenn nicht. Ich bin mal Hanso. Letzten. Oh, das muss ich merken, Leute. So, das war's für heute. 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 so ich bin für wir haben wir haben wir einfach mal geiles so haben so sein was so hält dann kann man einfach mal spielen so was kann gut sein dass wir sogar noch verlieren oder ich glaube ich mit schweißer jetzt mal rein mit schweißer am stürm ah hinter mir vor mir überall bruder shit das war dann das gehen würde ich habe euch das gefallen eine verlängerung aber ich glaube nicht dass wir die reißen ja okay dann bis zum nächsten mal für sie bis in drei monaten wieder obwohl die wie es gar nicht aufwendig sind tschüssi